So, einen wunderschönen guten Abend an alle interessierten Webinar-Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FXFlat. Herzlich willkommen zum heutigen Train-auf-Wolke-7-Webinar mit Martin Görsch. Bevor ich jedoch an Martin übergebe, seien mir noch zwei, drei Sätze zu den Risikohinweisen erlaubt. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht der von FXFlat entsprechen. So, der Martin ist bereits am Start, denke ich. Natürlich. Sehr gut, dann übergebe ich jetzt das Wort an dich und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Hervorragend, dann vielen Dank dafür. Dann kralle ich mir hier mal gerade den Bildschirm. So, das sollte passen. Ja, dann also von meiner Seite auch herzlich willkommen hier heute zum Webinar. Ichimoku Kinkohiyo Trendhandel auf Wolke 7. Wir werden genau wie beim letzten Mal hier heute ein paar Analysen machen. Ich freue mich, dass ganz viele bekannte Gesichter, sage ich mal, oder viel mehr bekannte Namen jetzt hier im Chat auftauchen. Das ist ganz toll. Das heißt, wir haben viele Teilnehmer hier heute, die die Grundlagen des Tradings schon beherrschen. Von daher spare ich mir auch die ganz große Einführung. Wer sich mit Ichimoku Kinkohiyo nicht so besonders gut auskennt, der sollte vielleicht einfach mal einen Blick werfen auf den YouTube-Kanal von FX Flat. Da sind die Aufzeichnungen der vorigen Webinare drauf. Und im ersten Webinar der Reihe haben wir sehr ausführlich erläutert, wie dieser Ichimoku Indikator funktioniert, wie die einzelnen Signale zu handeln sind. Und hier ist nicht umsonst auf der rechten Seite diese Box vom Top Trader Signals. Beim Top Trader Signals handelt es sich um ein Add-on für den Agena Trader. Der ist natürlich auch über FX Flat zu benutzen. Und in diesem Add-on sind sämtliche Signale, die über Ichimoku entstehen können, schon vorprogrammiert. Werden automatisch dann in der Plattform angezeigt. Das wird auch das sein, dessen wir uns hier heute bedienen, um Trading-Setups zu identifizieren. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin am Sonntag erst aus dem zweiwöchigen Urlaub zurückgekommen. Habe dann natürlich jede Menge aufzuarbeiten gehabt und musste auch meine ganzen Positionen prüfen und anpassen. Von daher gehe ich heute hier nicht mit vorgefertigten Ideen ins Webinar, sondern werde mit Euch zusammen quasi hier Handelsideen entwickeln. Wir werden uns anschauen, was an Signalen am Markt zu finden ist, sowohl in die Long-Richtung als auch in die Short-Richtung. Das ist ja im Moment auch nicht uninteressant. Und wir werden einfach mal schauen, was man hier umsetzen könnte und warum. Und genau aus diesem Grund möchte ich auch nochmal kurz den Risikohinweis hier wiederholen, der gerade schon angeschnitten worden ist. Also ganz, ganz wichtig, Trading ist immer mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Auf der einen Seite haben wir schöne Gewinnchancen, auf der anderen Seite können auch herbe Verluste entstehen an den Märkten. Jeder, der schon mal in der falschen Richtung unterwegs war, der weiß das. Und was hier ganz wichtig ist, weil wir eben heute Marktanalysen machen, das, was ich hier zeige, das repräsentiert rein meine persönliche Meinung, ist mein Blick auf die Märkte und dient hier in dem Fall rein den Lehr- und Lernzwecken. Ich will einfach nur mal zeigen, wie ich die Märkte beurteile, wo ich Trades aufbaue und warum und warum in bestimmten Situationen auch nicht. Das möchte ich einfach zeigen. Das dient also den Lehrzwecken, das bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung zu verstehen oder als Kauf- oder Verkauf-Empfehlung für irgendwelche Finanzinstrumente. Und natürlich, weil ich selber trade, besteht durchaus eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich in einigen der Produkte, die wir hier heute analysiert, eventuell selbst investiert bin oder plane, da zu investieren. So, diese tollen asiatischen Zeichen, die hier stehen, das ist im Prinzip nichts anderes als der Name des Indikators, mit dem wir uns hier heute beschäftigen. Ja, der kommt aus dem japanischen und heißt, übersetzt im Prinzip alles auf einen Blick im Chart. Ja, und so sieht das Ganze aus. Ganz kurz nur noch mal als kleine Einführung. Die blaue Linie, die wir hier sehen, das ist einfach nur der Schlusskurs. Das ist im Prinzip der Linienchart, das Instrument, welches wir uns anschauen, um eine bestimmte Periode nach links versetzt, in dem Fall um 26 Kerzen. Also, der Kern des Ichimokos und so im Prinzip auch der wichtigste Bereich, das ist diese Wolke, die hier unterlegt ist, in Grün und in Rot. Das sind unsere Support- und Resistance-Level und ob der Markt oberhalb oder unterhalb sich dieser Wolke bewegt, das ist für uns ausschlaggebend quasi für die Handelsrichtung. Das werden wir bei den ganzen Analysen, die wir machen, uns hier heute noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also, der Kern des Ichimokos ist tatsächlich diese Wolke, deswegen nennt sich das Ganze auch gerne Wolkenchart. Und diese beiden Linien hier, die rote und die violette, sind von der Interpretation her ähnlich zu verwenden wie gleitende Durchschnitte, sind aber keine gleitenden Durchschnitte im klassischen Sinne, sondern stellen den Median zwischen einem Hoch und einem Tief einer bestimmten Periode dar. Ja. So, viel mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht an Worten verlieren. Wir gehen hier einfach mal direkt in die Listen rein. Das passt inzwischen hier auch sehr gut, weil ihr inzwischen auch über FX Flat physische Aktien handeln könnt. FX Flat agiert neuerdings auch als Introducing Broker für Interactive Brokers. Das heißt, ihr könnt inzwischen über FX Flat tatsächlich alle Produkte handeln, die ihr bei Interactive Brokers handeln könnt. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil das von der Kostenstruktur her auch einer der besten Brokers, den ihr da verwenden könnt. Und ihr habt natürlich dann tatsächlich die freie Wahl, alles zu traden, was geht. Physische Aktien, CFDs, Options, Futures. Ihr könnt das ganze Portfolio, die ganze Produktpalette jetzt mit einem einzigen Broker hier abdecken. Und das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und von daher passt das hier sehr gut, dass wir uns also Aktien anschauen können aus verschiedensten Indizes, aus verschiedenen Ländern. Solltet ihr irgendwas haben, was für euch vielleicht gerade besonders interessant ist, wo ihr einfach mal schnell irgendwie so eine Ichimoku-Analyse haben wollt, könnt ihr das gerne in den Chart klippern. Ich habe das Fragenfeld hier offen. Ich sehe das dann auch direkt. Und dann können wir auch hier ganz unvorbereitet mal direkt auf die Märkte schauen, die für euch interessant sind. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen, wie ich versuche, Trading-Kandidaten zu finden. Für mich ist immer so ein bisschen der Kern meiner Analyse tatsächlich mein eigener Trendindikator. Ich habe also einen selbstentwickelten Trendindikator. Das ist hier der Gersh-Trend. Den sehen wir hier im oberen Bereich im Tageschart. Ja, das ist der Tageschart. Hier unten drunter liegt in Rot und in Grün der Gersh-Trendindikator. Und auf dem Wochenchart unten drunter habe ich hier genau das Gleiche. Ich nutze Ichimoku, wenn ich damit arbeite, rein für Swing-Trades. Das heißt, das sind dann Trades, die auf Tagesbasis entstehen. Die berücksichtigen immer den Wochenchart mit. Das heißt, ich schaue mir an den Wochenchart und ich schaue mir an den Tagesschart und entscheide danach, welche Märkte, welche Produkte, welche Aktien ich handeln möchte und natürlich auch in welche Richtung. Ja, und für die Richtungsentscheidung ist bei mir grundlegend immer dieser Gersh-Trendindikator. Und jetzt wisst ihr das vielleicht, wenn man das so ein bisschen Cluster-mäßig beobachtet, dann möchte man natürlich gerne Produkte handeln oder Aktien handeln, die in verschiedenen Zeitebenen quasi den gleichen Trend vorweisen. Weil man dann eben nicht nur die Händler im Rücken hat, die jetzt im Tagesschart unterwegs sind, sondern idealerweise auch die Händler im Rücken hat, die im Wochenchart unterwegs sind. Und ich habe es schon ganz, ganz oft erwähnt, aber für die, die mir vielleicht noch nicht so oft zugehört haben, ist es ganz typisch, je höher die Zeitebene ist, die ihr euch anschaut, umso höher ist das Kapital, oder umso größer ist das Kapital, was in dieser Zeitebene bewegt wird. Ja, typischerweise ein Investmentfonds oder ein Hedgefonds, die schauen primär auf den Wochenchart, die schauen sich die großen Trends an, die übergeordneten Trends, die schauen sich die übergeordneten Unterstützungs- und Widerstandslevel an, zur Zielfindung oder für die Bestimmung von guten Einstiegsleveln. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass das große Geld, das wirklich große Geld, was am Markt unterwegs ist, gar nicht in der Lage ist, in kleinen Zeitebenen zu handeln. Weil einfach die Volumina, die man in der kleinen Zeitebene unterbringen kann, ohne jetzt tatsächlich den Kurs dramatisch zu beeinflussen, die sind halt zu gering. Ja, wenn man also in so einer Aktienposition hier mehrere Millionen unterbringen muss, dann wird das eben schwierig, das auf den 5-Minuten- oder auf den 15-Minuten-Chart zu machen. Und da bedient man sich dann eben eher des Wochencharts und sucht dann vielleicht das Feintuning über den Tageschart. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass alles, was ihr an Signalen und an Setups findet im Markt, egal ob das jetzt Indikator getrieben ist oder ob es eine Price Action ist, die ihr da handelt, alles, was ihr in diesen Charts findet, funktioniert typischerweise besser, je höher die Zeitebene ist, in der ihr diese Setups findet. Ja, und deswegen, ich trade zwar den Tageschart, das heißt, ich suche meine genauen Einstiegslevel am Tageschart, ich bestimme auch meine Stop-Level am Tageschart, aber ich möchte idealerweise den Wochenchart im Rücken haben und möchte auch sehen, dass auf dem Wochenchart in die Richtung, in die ich handeln will, noch genug freier Raum ist. Ja, dass quasi noch genug Platz vorhanden ist für den Kurs, um sich in die richtige Richtung zu bewegen, um da einfach dann durchstarten zu können. Okay, ich habe vom Heinz hier schon die Ticker drin, P-E-N-N, Pen National Gaming, kenne ich gar nicht, schaue ich aber gerne mal rein. Ja, das wird natürlich auch immer wieder passieren, gerade im Universum der US-Aktien, was so gigantisch groß ist, wo wir viele, viele tausend Aktien haben, mit denen wir arbeiten können. Da kann man natürlich nicht jedes Unternehmen kennen. Das ist am Ende aber auch gar nicht so kriegsentscheidend. Ja, und wenn wir hier auf den Chart schauen, wow, das ist mal ein Trend, würde ich sagen. Ja, da hatten wir hier im Corona-Crash, schauen wir uns das an, ist gut losgelaufen hier, die Aktie relativ zügig, ja, von 26 Dollar hier auf 40 Dollar, fast eine Verdopplung. Und dann halt sehr, sehr hart abverkauft. Das heißt, typischerweise würde ich sagen, das ist kein so riesig großer Wert, in dem vielleicht nicht so viel Volumen ist. Typischerweise je kleiner die Werte sind, die er handelt, umso höher wird die Schwankungsbreite. Ja, weil natürlich eine größere Order, die da reinkommt, eher was bewegt, als jetzt in so einem Titel wie Apple oder so, wo viele Milliarden drin sind. Da haben wir hier natürlich dann einen deutlichen Abverkauf gesehen. Das ging sehr extrem hier nach unten bis 3,82. Also das sind wirklich Werte, die sind nur für starke Nerven geeignet und für erfahrene Anleger, weil eben die Schwankungen so extrem groß sind. Ja, selbst wenn man hier so einen schönen Ausbruch gehandelt hat, über die 28 und dann hier schon 70, 80 Prozent im Gewinn war, war man nachher hier beinahe auf 0, ja, 3,82 Dollar. Aber sei es drum, seitdem läuft das Ding hier recht sauber in einem Aufwärtstrend. Aber wenn wir uns hier mal die normalen Retracements anschauen, die liegen hier so bei 30 Prozent. Ach, das ist schon fett. Ja, also da ist schon ordentlich was los. Schauen wir uns die Indikatorenlage an. Und da sehen wir, der Gersh-Trend hat nach diesem starken Abverkauf hier auf dem Wochenchart im Bereich um 19,60 Dollar wieder in die bullische Richtung gedreht. Also auf dem Wochenchart um 19 Dollar war das Teil wieder kaufbar. Und im Tageschart haben wir das Ganze hier unterstützen, so ziemlich am gleichen Level gesehen. Das ist natürlich ideal. Ja, wir sind also im Tageschart hier schon um Anfang Mai bei 16, 17 Dollar hier in die bullische Region gekommen. Also in die Region klarer Aufwärtstrend, definitiv kaufenswert. Und wir haben hier sehr schöne Ichimoku-Signale oder Ichimoku-Einstiege bekommen. Ich zeige das gerade mal kurz. Gucken wir mal das Zeichentool hier rein. Und dann können wir hier ein bisschen auch im Chart malen. Da haben wir das große Einstiegssetup hier. Ja, wir haben auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt eine valide Aufwärtssequenz. Das sieht man sehr schön, wie hier immer weiter steigende Hochs und steigende Tiefs gemacht werden. Haben an dieser Stelle hier den Ausbruch aus der Wolke im Tageschart und haben auch ziemlich parallel hier den Ausbruch aus der Wolke im Wochenchart. Und das sind wirklich ideale Einstiegsbereiche. Ja, das sind ideale Entry-Punkte. Danach hat sich das Ding hier schön trendmäßig bewegt. Ja, wenn man diese kleinen Werte handelt, muss man auch entsprechend Platz lassen, dass die sich bewegen können. Wir haben dann hier nochmal ein schönes Einstiegssetup gekriegt. Da sind wir hier in so ein sauberes Dreieck reingelaufen. Und haben dann hier an dieser Stelle den Ausbruch gesehen. Zum einen über das letzte Hoch, zum anderen einen deutlichen Ausbruch aus dem Dreieck. Das wäre hier auf dem Tageschart der zweite Einstiegsbereich gewesen. Ja, und als aggressiver Händler hätte man hier nochmal auf hohem Niveau in dem Bereich einsteigen können. Entweder hier im Ausbruch in diesem Gap oder dann bei Gap Close im kleinen Retracement. Das sind die Einstiegsbereiche. Jetzt zum aktuellen Level muss ich ganz ehrlich sagen, mir wäre das hier zu weit gelaufen. Ich hole hier mal den 200er gleitenden Durchschnitt rein. Den finden wir hier unter Moving Average. Na, wie heißen die denn hier? SMA, glaube ich, ist der simple. Da haben wir, ja, SMA und den 200er. Ja, und jetzt schaut euch das mal an. Das ist ganz typisch, wenn sich diese Werte so extrem weit vom 200er gleitenden Durchschnitt wegbewegen. Dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir früher oder später hier auch ein größeres Retracement sehen. Ja, im Moment ist diese Bewegung hier quasi parabolisch. Und ich steige in parabolische Werte nicht mehr ein. Ja, parabolisch heißt, dass wir hier steigen. Und der Steigungswinkel immer weiter zunimmt. Ja, diese Bewegung hier ist parabolisch. Das kann sehr weit laufen. Wir können hier durchaus noch bis 100 Dollar laufen, gar keine Frage. Aber aus der Erfahrung weiß ich, wenn diese Parabel bricht, also spätestens dann, wenn wir hier unter diese letzten Tiefs hier gehen, dann werden die Korrekturen oft ziemlich heftig. Ja, da sehen wir häufig Korrekturen von 70, 80, 90 Prozent der Parabelbewegung. Das kann dann hier auch ganz schnell nochmal auf den Bereich dieser alten Hochs hier laufen, so um 40 Dollar. Und dann ist man hier sofort mit einer Position ganz schnell 50 Prozent im Minus. Ja, also wenn man sowas handelt, dann auf jeden Fall mit einem engen Stopp. Vielleicht, ja, Breakout auf dem Niveau würde ich nicht mehr handeln. Ich würde hier lieber versuchen, Retracements zu kriegen. Retracements idealerweise, ich vergrößere das mal kurz. So, Retracements idealerweise auf alte Hochs. Ja, wenn wir hier mal die letzten Sequenzen einzeichnen. Ja, das hier ist die letzte Aufwärtssequenz. So sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir einen Rücksetzer gesehen an dieser Stelle, der bis auf das letzte Hoch gelaufen ist. Ja, so ungefähr auf dieses hier. Das war ein schönes Einstiegslevel. Das nächste Hoch, was wir haben, liegt hier. Und da ist das Einstiegslevel nicht ganz erreicht worden. Ja, da hätten wir beinahe gestern hier die Möglichkeit gehabt, nochmal aggressiv, wirklich aggressiv zu kaufen. Auf diesem hohen Niveau würde ich hier keine Breakouts mehr handeln, wenn es mein Trade wäre. Ja, wenn wir uns mal anschauen, wie weit wir hier weg sind vom 200er gleitenden Durchschnitt. Ja, da sind wir hier 140 Prozent entfernt. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist typischerweise so, je weiter wir uns von diesem 200er Durchschnitt entfernen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, kräftiges Retracement zu sehen. Ja, hier waren wir im Bereich 80 Prozent, haben dann sehr deutlich retraced. Hier nach unten war es wieder das Gleiche. Ja, wir haben uns hier sehr weit nach unten 80 Prozent entfernt. Dann kam die Bewegung in die Gegenrichtung. Ja, und jetzt sind wir eben hier 140 Prozent entfernt. Für mich wäre das Ding zu weit gelaufen. Das ist eine tolle Aktie. Gratulation an jeden, der dabei ist. Aber auf diesem Niveau würde ich persönlich hier nicht mehr einsteigen. Okay. Der Andreas fragt zur Allianz. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Allianz an. Was haben wir hier? Soll ich die Allianz weiter behalten oder doch abverkaufen? Ja, das kann ich leider nicht beurteilen. Und auch nicht sagen, ob so eine Position behalten werden soll oder ob man die verkaufen soll. Ich kann mal meinen, aber ich habe mit 180 im Durchschnitt gekauft. Okay. Also, schauen wir uns die Situation an. Allianz im Wochenchart. Ja, relativ klar inzwischen wieder abwärts gerichtet. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen wieder ergeben. Ich gehe einmal in die Sequenzen rein. Also, wir haben mehrere Dinge, auf die wir hier achten müssen. Zum einen hatten wir ja gesagt, wir beginnen immer mit dem Trendindikator. Ja, der Trendindikator hat sehr schnell innerhalb dieser ersten Abverkaufswoche hier, während der Corona-Panik quasi, auf die Negativseite gedreht. Das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich irgendwo eine langfristige Investmentposition habe, darüber nachzudenken, diese Position vielleicht zu schließen, Gewinne mitzunehmen und eventuell auf niedrigerem Niveau wieder aufzubauen. Weil typischerweise, wenn wir im Wochenchart so dynamisch in die Abwärtsrichtung, von der Trendrichtung drehen, dann geht diese Bewegung häufig noch die nächsten Tage zumindest weiter. Und dann findet man nochmal Möglichkeiten, günstiger wieder in so eine Position reinzukommen. Ja, und was für mich jetzt auffällig ist, ist, dass selbst in dieser großen Korrektur, die hier gelaufen ist, Wenn wir uns das mal anschauen, was die Allianz hier vom März tief bis zum Hoch gemacht hat, das sind 65% Kursbewegung hier. Ja, von hier unten bis zum Zwischenhoch sind das 65% Kursbewegung, aber der Trendindikator ist nie in den positiven Bereich gekommen. Der ist die ganze Zeit ganz klar negativ geblieben. Das heißt, das wäre für mich kein Kauf. Ja, das wäre keine Position, die ich irgendwo ins Depot nehmen würde. Wenn man sich das anschaut, wie die Sequenzen hier laufen, dann haben wir hier A, B, C. Ja, im Prinzip eine A, B, C Korrektur auf dieses gigantische Abwärtsmomentum. Und das große Problem, was ich jetzt hier so ein bisschen sehe, ist, dass wir von hier, von diesem Hoch, hier ein Tief gemacht haben. Ein tieferes Hoch, was kein besonders bullisches Zeichen ist, haben dann hier nochmal ungefähr das gleiche Level getestet, ein bisschen höher, also ein etwas höheres Tief, haben aber wieder ein tieferes Hoch ausgebildet und sind jetzt hier nach unten rausgebrochen. Das ist doppelt ungünstig, weil wir eben hier auch noch ein Dreieck haben. Dadurch, dass wir fallende Hochs und steigende Tiefs haben, haben wir hier so eine Dreiecksbewegung. Und da sind wir an dieser Stelle hier nach unten weggebrochen. Und das ist natürlich total ungünstig für eine Long-Position. Also auf der Woche sieht das Ganze nicht so besonders gut aus. Wenn wir uns auf der Woche anschauen, wo die nächsten Support-Level hier liegen, die liegen so hier unten ungefähr bei 145 bis 150. Da liegen die nächsten Unterstützungs-Level. Gefällt mir schon mal nicht so gut. Auf dem Tageschart sieht das Ganze ähnlich aus wie der DAX im großen Bild über die letzte Zeit, wenn wir uns das anschauen. Da haben wir hier eine ziemlich lange Seitwärts-Range. Die geht hier von Mitte Juni bis jetzt Mitte September ungefähr. Da sind wir ganz klar aus der Range nach unten ausgebrochen. Wenn wir uns die ersten Kursziele nehmen aus dieser Range, dann kommen wir ungefähr hier auch in diesen Bereich 155 Euro ungefähr. Das ist so einmal die Range nach unten drauf gesetzt. Das ist auch hier drüben das erste kleine Unterstützungs-Level hier vom Daily. Hier unten liegt das erste kleine Unterstützungs-Level. Das größere liegt dann hier im Bereich 145 Euro. Und auch hier sehen wir, der Tagestrend, der war hier zwar kurz in die Long-Richtung. Also der war hier einmal kurz in der Long-Richtung unterwegs. Allerdings haben wir es gesehen, während der Daily-Trend hier im Gersh-Trend Long war, war der Weekly-Trend short. Und deswegen wäre das Ding hier auch für den Long nicht in Frage gekommen. Aber was jetzt natürlich ganz ungünstig ist, der Tagestrend ist abwärts gerichtet, parallel zum Wochentrend. Deswegen steht hier im Indikatorfeld auch Gersh-Down. Das ist also für mich ein klarer Abwärtstrend. Wäre nichts, was ich irgendwie in der Long-Richtung im Depot haben wollen würde. Ja, jetzt muss man natürlich sehen, als Investor, ich weiß viele von den Händlern, die hier in Deutschland unterwegs sind, ja, die haben so ein kleines Home-Buyers, die handeln gerne Werte, die sie kennen, die handeln gerne deutsche Werte. Ich bin nicht so ein großer Freund von deutschen Werten, einfach weil die Kurs-Performance von den US-Aktien im Durchschnitt deutlich besser ist als von den deutschen Aktien. Wenn man aber jetzt fundamental vom Unternehmen überzeugt ist, dann kann man sowas natürlich auch halten. Mein Ding wäre es nicht. Ja, ich bin gerne die relativ starken Werte Long und die schwachen Werte, die lasse ich entweder raus aus dem Depot oder nutze die vielleicht sogar für Short-Trades als Absicherung mal fürs Gesamt-Depot, wenn der gesamte Trend so ein bisschen kippt. Ja. Okay. So, was haben wir noch hier? Infineon. Infineon können wir uns natürlich auch anschauen. Ja, bei Infineon sehe ich hier aber schon auf den ersten Blick, ich habe hier weder ein rotes Feld noch ein grünes Feld. Das heißt, in der Infineon-Aktie sind Tagestrend und Wochentrend nach meinem Indikator nicht kongruent, also nicht in die gleiche Richtung. Und hier sehen wir es auch schon sofort auf dem Tagesschart. Ich habe hier einen ständigen Trendwechsel zwischen ganz kleinen grünen und ganz kleinen roten Kerzen. Da ist also quasi kein dynamischer Trend vorhanden. und deswegen wäre auch das hier für mich kein Trading-Kandidat. Schauen wir uns das aus Ichimoku-Sicht an. Ach, das haben wir eben auch ganz vergessen bei der Allianz. Ja, wir sind hier im Ichimoku-Webinar und vergessen auf den Ichimoku-Indikator zu gucken. Da gehen wir hier nochmal ganz kurz in unsere Handelszeitebene, in den Tagesschart. Und hier fällt jetzt schon sofort auf, die blaue Linie ist unterhalb des Charts, das heißt Short-Setup. Der Preis ist unterhalb der roten und der violetten, das ist ein Short-Setup. Und der Preis ist unter die Wolke gebrochen, also auch das ist Short. Das heißt, für die Allianz ist für den mittelfristigen Händler hier alles in die Short-Richtung aufgestellt. Das wäre also eher ein Wert zum Shorten als zum Kaufen. Und das sieht man eben hier auch ganz klar mit Blick auf den Ichimoku-Chart. In der Wochenansicht sieht es tatsächlich nicht viel besser aus. Wir sind hier unter der roten, wir sind unter die Wolke. Und da läuft hier die Begrenzung sehr eng quasi als Linie, deswegen ist die nicht zu sehen. Aber wir sind unter die Wolke gebrochen, befinden uns eigentlich die ganze Zeit hier auch unter der Wolke. Das ist extrem bärisch. Wenn der Kurs noch ein bisschen weiter fällt, dann wird auch der Kurs unterhalb der violetten Linie landen. Und blau ist hier noch ein bisschen neutral. Aber auch hier ist das Bild schon eher negativ als positiv. Das Gleiche machen wir jetzt nochmal für die Infineon. Da starten wir hier auf dem Wochenchart. Da sehen wir schon aus dem Trendbild, wir haben ein höheres Hoch hier ausgebildet. Wir sind also über die Februarhochs ausgebrochen. Eigentlich auch eine ganz schöne Bewegung, wenn man sich das anschaut. Wir haben hier angefangen, haben dann hier die erste etwas größere Korrektur gesehen, sind dann über dieses Zwischenhoch hier gegangen. Das markiere ich hier mal in grün. Sind über dieses wichtige Zwischenhoch gegangen. Und dann ist es ganz häufig, dass danach hier nochmal Gewinnmitnahmen erfolgen, die nochmal ein Retracement zeigen, wir aber kein neues Tief mehr gesehen haben. Und sind dann wieder hier in die Aufwärtsrichtung unterwegs. Allerdings, man sieht es auch, ich markiere jetzt mal das nächste Hoch hier, das war dieses. Und was hier ein bisschen auffällig ist, ist, dass jedes Mal, wenn wir über dieses Hoch gehen, innerhalb der Woche wieder die Verkäufe hier reingekommen sind. In der ersten Woche, in der zweiten Woche sind die Verkäufe reingekommen. In der dritten Woche haben wir dann zwar oberhalb des Hochs geschlossen, haben aber kein neues Hoch gemacht. Und mit dem neuen Hoch kam hier sofort die Umkehrkerze. Das ist eine bärische Umkehrkerze hier auf Wochensicht. Diese hier. Ja, das hier ist eine bärische Umkehrkerze. Das spricht immer dafür, wenn so eine Kerze unterschritten wird, dass die nächste Bewegung mal noch nach unten weiterläuft. Hier muss ich jetzt auf dem Wochenchart zeigen, wie die laufende Woche schließt. Ja, wenn die hier im oberen Bereich schließt, dann ist das schon wieder eher bullisch zu werten. Idealerweise wollen wir natürlich sehen, dass wir nicht unter dieses letzte Tief laufen, sondern hier neue Hochs generieren. Aus Ichimoku-Sicht sieht das alles sehr gut aus auf dem Wochenchart. Wir sind deutlich oberhalb der Violetten. Die blaue Linie ist deutlich oberhalb des Charts. Wir befinden uns weit über der Wolke. Und wir laufen sogar hier an der roten entlang. Also auf dem Wochenchart allein ist dieses Bild hier sehr, sehr bullisch. Görstrend auch ganz klar in die Long-Richtung, auch wieder ein bisschen mit zunehmendem Momentum. Also auf Wochensicht sieht die Infineon ziemlich gut aus für eine Long-Position. Allerdings, wie gesagt, gefällt es mir auf Tagesbasis nicht so gut. Ja, das läuft mir hier alles schon viel zu sehr seitwärts. Ja, und wir sehen das auch. Der Kurs kämpft hier jetzt schon mit der Violetten. Im Moment befinden wir uns so ziemlich genau an dieser Violetten-Median-Linie. Wenn wir da drunter gehen, dann haben wir das erste, etwas stabilere Short-Setup, würde ich mal sagen. Weil wir sind mit dem Preis schon unterhalb der roten. Wenn wir jetzt nochmal unterhalb der violetten schließen, dann ist das nicht mehr bullisch. Ja, ich würde hier nicht mehr kaufen. Es wäre aber auch noch nicht zwingenderweise etwas, um eine Long-Position glattzustellen. Wir haben hier diesen gesamten Bereich der Wolke noch als Support-Level, als Unterstützung. Muss man aber wissen, wenn man in so einer Position jetzt drin ist, dass es durchaus sein könnte, dass die Aktie hier nochmal das Unterstützungslevel testet, sich dann vielleicht hier so ein bisschen entlanghangelt und dann nach oben rausgeht. Es ist eben immer ein relativ klares Zeichen dafür, wenn man im Gersh-Trend hier sieht, dass sich das Ganze so ein bisschen seitwärts schiebt, dass man nicht mit allzu viel Momentum rechnen sollte. Und das ist dann auch typischerweise kein Marktumfeld mehr, in dem man Ausbrüche handeln sollte. Ja, wenn wir hier sehen, am Beispiel der Infineon, ja, dass wir hier oder hier schön Momentum aufbauen, Druck aufbauen und dieser Trend noch recht frisch ist und hier an der Stelle sehr stabil wird, ja, dann finden wir von hier an, wenn wir jetzt nach oben schauen, von hier an die Möglichkeit, Breakouts zu handeln und das wäre dann zum Beispiel dieser Breakout hier gewesen. Den hätte man sehr, sehr schön handeln können. Ja, und wenn wir da mal ein bisschen dann nach links schauen, das Breakout-Level, was wir uns gerade angeguckt haben, ja, das war hier dieses Level, ja, das Ausbruchslevel. Und wenn man das tradet und jetzt einfach ganz simpel nach der Chart-Technik, ich gehe hier nochmal auf die aktuelle Sequenz, die hier gelaufen ist, ich zeige nochmal diese Aufwärtssequenz. Ja, bis hier war das Ganze aktiv, dann versuche ich immer typischerweise, das jetzt so zu betreuen, dass ich meine Stops irgendwo unterhalb des letzten Tiefs platziere, ja, je nachdem, wie viel Platz ich lassen will. Das ist hier Unterstützungslevel, die Wolke, die gesamte Wolke hier ist Unterstützungslevel. Wir haben hier das letzte Tief, sind aber nicht besonders deutlich drüber gegangen. Wir haben hier nur quasi diese Ausführung gekriegt, sind relativ schnell mit der Position dann ins Minus gelaufen. Da würde ich mir dann auch gerne hier das zweite Level als Stop-Level nehmen und dann eben auch etwas defensiver die Stops hinterherziehen. Als Zielbereich bietet sich hier immer ein altes Widerstandslevel, ein alter Widerstandsbereich. Und der fängt hier an mit diesen beiden Tiefs, ja, diese beiden Tiefs hier oben und zieht sich im Prinzip bis da oben hin fort. Das wäre so der Zielbereich. Ja, der ist hier erreicht worden und wenn wir uns das anschauen, wie der weiterführende Sequenzverlauf hier gewesen ist. Ja, wir haben hier das Hoch gemacht, haben dann die Korrektur gesehen, haben hier ein neues Hoch, nochmal eine Korrektur. Und in diesem neuen Hoch sind wir hier schon in das Ziellevel gegangen und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man geht am Erreichen des ersten Levels, das sind diese beiden alten Tiefs hier drüben. Man geht hier direkt per Limit raus, stellt so eine Position im Gewinn glatt. Oder wenn man das Ganze trailen möchte, dann nimmt man hier einen ganz aggressiven Trailing-Stop an diesem Level und dann werden wir hier an der Stelle ausgestoppt worden mit dem Gap. Ja, wie dem auch sei, egal ob dieser Ausstieg, dieser Ausstieg oder dieser Ausstieg, ja, wir hätten auf jeden Fall hier eine vernünftige Strecke zu verdienen gehabt. Ja, und so funktionieren diese Trades, wenn man die Trendrichtung mit berücksichtigt, wenn man ein bisschen schaut, was Ichimoku macht. Ja, und wenn wir uns dieses Ausbruchslevel hier anschauen, an dieser Stelle, hier oben. Ja, und gucken jetzt mal in dieser Situation hier, wie das Ganze aus der Ichimoku-Geschichte aussieht. Dann haben wir das Wichtigste hier und hier, ja, nämlich diese beiden Breakouts aus der Wolke. Dann haben wir hier an dieser Stelle auch das Durchbrechen von der roten Linie erneut. Wir sind hier schon mit dem Kurs über die violette Linie gelaufen. Und wir haben auch hier an dieser Stelle, ja, hier drüben, mit Entstehen dieser langen grünen Kerze hier, bereits die blaue Linie oberhalb des Preises gehabt. Also wir hatten die Einstiegsmöglichkeiten nach Ichimoku. Ja, hier ist der aggressivste Einstieg mit dem Ausbruch des Preises über die rote und die violette Linie. Dann haben wir hier die zweite Einstiegsmöglichkeit mit dem Überschreiten der blauen Linie des Preises. Dann haben wir hier die dritte Möglichkeit. Ja, beim ersten Ausbruch aus der Wolke haben wir hier die vierte Möglichkeit. Beim zweiten Ausbruch aus der Wolke und charttechnisch haben wir dann allerspätestens hier oben diesen Ausbruch. Jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf Möglichkeiten einzusteigen. Und da sieht man jetzt natürlich auch ganz klar, man muss immer schauen, wie aggressiv oder wie defensiv möchte man in solche Positionen reingehen. Wie stark soll der Trend schon sein? Ich bin da immer lieber ein bisschen defensiver unterwegs. Ich bin aber auch nicht darauf aus, irgendwo die Tiefs abzugreifen und an den Hochs glatt zu stellen. Sondern ich bin halt darauf aus, mir ein Stückchen aus einer Bewegung rauszuschneiden und das mit einer recht hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, und deswegen schaue ich parallel immer gerne, was macht denn der Trend? Und der ist in diesen ganzen Bereichen hier noch nicht wirklich schön. Da ist das Momentum oder die vernünftige Trendbewegung tatsächlich erst hier gekommen. Und deswegen eignet sich das für mich gut, hier solche Breakouts zu handeln. Ja, jetzt zum aktuellen Niveau. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu weit schon gelaufen, um jetzt hier noch einzusteigen. Man sieht auch, dass das Momentum so ein bisschen rausgeht. Und wenn ihr euch so typische Trendbewegungen mal anschaut, ja, dann fangen die genau wie hier oft sehr dynamisch an. Ja, und nehmen dann so ein bisschen an Dynamik ab. Ja, jetzt sind wir hier schon in diesem Bereich, ja, und dann gibt es immer die Möglichkeit, entweder wir drehen hier nochmal auf und es kommt nochmal so ein letztes Momentum rein. Oft entwickelt sich das Ganze aber auch so weiter und dann auf einmal kippt das Ganze nach unten weg. Ja, und je länger so ein Trend läuft und je mehr die Dynamik verloren geht, und das sieht man hier auch parallel sehr, sehr schön am Indikator, ja, wie hier die Dynamik verloren geht. Das sind dann eben keine Setups, die ich gerne noch irgendwo nehmen würde. Okay, jo, der Peter fragt nach Gold. Man sagt, das wird sicherlich auch viele interessieren. Ja, das kann gut sein. Dann schauen wir doch direkt mal auf den Gold Future. Das ist ja das, was ich mir immer gerne anschaue, die Futures. Jetzt muss ich dazu sagen, Gold ist nichts, was ich über einen Ichimoku-Chart handele. Gold handele ich eher auf Grundlage der Commitments of Traders-Daten und Saisonalitäten. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch als Ichimoku-Händler sich das Ganze für die Rohstoffe anschauen. Ja, also machen wir uns einmal kurz das große Bild hier. Das Erste, was hier auffällt, sehr dynamischer Trendindikator. Wir kommen hier aus dem klar negativen Bereich. Ja, wir sind hier ganz klar negativ, sind in einem deutlichen Abwärtstrend gewesen. Die lief hier über mehrere Wochen. Und dann sehen wir, wie wir hier aus dem Abwärtstrend rauskommen und in diese dynamische Aufwärtsbewegung hier reinlaufen. Ja, der Turnaround, dieser Kipppunkt, der liegt ungefähr hier. Das heißt, im langfristigen Bild über den Gersh-Trendindikator war der Kauf quasi hier im Ausbruch aus dieser kleinen Konsolidierung nach dem ersten Hoch. Ja, also wir haben hier die erste Aufwärtssequenz im Wochenchart. Ja, und nach dieser kleinen Konsolidierung hier, dieser Ausbruch, der war handelbar. Das ist nach Trendindikator das Erste, was hier geht. Schauen wir auf die Ichimoku-Signale. Ja, da haben wir auch ungefähr an dieser Stelle hier die Kreuzung von Rot und Violett. Ja, also auch da passt das ungefähr. Die blaue Linie geht über den Preis erst hier drüben. Und das ist auch ein schönes Setup, weil wir hier eins, zwei, drei, vier Wochen Seitwärtsbewegung haben. Ich zeichne die mal gerade hier ein. Vier Wochen Seitwärtsbewegung. In einer engen Range an der Grenze der Wolke. Ja, ganz, ganz toll. Und dieser Ausbruch nach oben hier, der war auch definitiv handelbar. Ja, und dann sehen wir das auch, sobald das Momentum hier reinkommt, wir sind die ganze Zeit über der Wolke. Also definitiv aufwärts gerichtet. Trendindikator ist aufwärts gerichtet. Das neue Momentum kommt hier rein. Ja. Nachdem das neue Momentum hier reingekommen ist, kommt dieser Ausbruch. Das wäre charttechnisch hier die zweite Möglichkeit oder eigentlich schon die dritte einzusteigen gewesen. Erste Möglichkeit hier, zweite Möglichkeit hier, dritte Möglichkeit da. Ja, und dann geht die große Bewegung los und dann kommt es am Ende einfach nur noch darauf an, wie weit werden die Stops gefasst, wie stark sind die Stop-Level und wie groß sind die Retracements. Und ich würde mal behaupten, ein Trader ist spätestens in dieser Bewegung hier raus, egal wie weit er seinen Stop hat. Spätestens hier ist die Party vorbei. Das war eine sehr heftige Korrektur. Das sehen wir auch. Wir sind hier auf dem Wochenchart sogar eine Woche in den Negativbereich gerutscht. Ein Ichimoku-Händler, der sieht aber, okay, wir haben im Prinzip hier nichts anderes gemacht, als die Wolke getestet. Ja, das ist einfach nur ein Anlauf ans Support-Level. Bricht noch nicht den Trend, beendet noch nicht diesen intakten Aufwärtstrend. Und dann haben wir hier spätestens in der nächsten Woche, in der die Preise wieder so dermaßen dynamisch steigen, die Möglichkeit, in dieses Momentum zu kaufen oder hier den Ausbruch über dieses letzte hochzunehmen. Ja, das sind die nächsten Möglichkeiten, die man hat. Aber sehen wir auch, da brauchen wir einen langen Atem, viel Geduld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen hat der Goldpreis hier gekämpft, bevor dann der tatsächliche Ausbruch aus der Range kam. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Aktuelle Situation. Geht ja immer um die Entscheidung, macht es Sinn, eine Position aufzubauen, ja oder nein. Im Moment sind wir hier in so einer Dreieckskonstellation. Die sah in der letzten Woche noch so aus. Und da haben wir jetzt an dieser Stelle hier einen Ausbruch nach unten gesehen. Und der gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Wenn jetzt im Laufe dieser Woche oder im Laufe der nächsten Woche, was noch schlechter wäre, an dieser Stelle hier auch noch einen Ausbruch folgen würde, wenn wir also in der nächsten Woche hier wieder eine rote Kerze sehen, ja, dann sollte man aller spätestens mittelfristige, langfristige Long-Positionen, die man noch im Depot hat, rauswerfen. Ich bin in einigen meiner Portfolios noch Long in Gold, habe hier in diesem Retracement gekauft, ja, ungefähr hier so in diesem Bereich. Bin damit jetzt natürlich hier deutlich im Minus. Mein Stop-Level liegt aktuell hier. Hier, ja, hier unter diesem Tief. Das haben wir noch nicht erreicht. Ich rechne aber damit, dass wir hier nach unten rausgehen und das Stop-Level rausnehmen. Und dann wäre für mich interessant, wieder ein Einstieg hier vielleicht irgendwo auf diesem Niveau. Das kommt dann ein bisschen darauf an, wie lange diese Bewegung hier seitwärts läuft. Vielleicht sehen wir auch noch mal diese untere Begrenzung hier von der Range. Und das würde dann hier vielleicht auch mit dem Test des Unterstützungslevels passen, so wie wir es hier eben auch schon mal gesehen haben. Man sieht also recht häufig, ja, sind diese Tests von diesem Support-Bereich gar nicht unbedingt so schlechte Einstiege, wenn wir danach sehen, dass der Kurs relativ schnell wieder dreht und wir wieder in die alte Trendrichtung quasi zurücklaufen. Also das wäre das große Bild auf Woche. Da ist von Indikatorensicht her im Moment noch alles in Ordnung. Wir haben Blau deutlich oberhalb des Preises. Wir haben den Preis deutlich oberhalb Violett. Wir haben den deutlich oberhalb der Wolke. Wir haben hier einen ganz klar intakten Trendindikator. Allerdings müssen wir eben auch sehen, wir sind hier relativ weit weg. Ich gehe noch mal auf den 200er gleitenden Durchschnitt quasi. Das ist hier der Jahresdurchschnitt. Ja, wir haben uns sehr weit weg bewegt von diesem Jahresdurchschnitt. Ja, weil Gold hier 30 Prozent ist schon extrem viel. Und dann ist es auch üblich, dass wir hier ein bisschen zurückkommen. Und das wäre äußerst gesund, wenn der Goldpreis jetzt einfach noch ein bisschen hier so ein paar Wochen seitwärts tendieren würde. Das hätte nämlich den Effekt, dass dieser 200er Durchschnitt oder dieser Jahresdurchschnitt hier dichter an den aktuellen Kurs wieder rankommt. Ja, und von da an hätte der Preis dann auch die Möglichkeit, vielleicht hier dann so ein Dreieck nach oben zu verlassen und dann wieder Gas zu geben und auch durchaus hier die 2100er Marke nochmal anzulaufen. So, auf dem Tageschart können wir uns das auch nochmal anschauen. Auf dem Tageschart sind hier die ersten Achtungszeichen. Wir bewegen uns in dem unteren Bereich des Support-Levels. Wir haben blau schon unterhalb des Preises, das ist negativ zu werten. Und wir haben den Preis unterhalb rot und unterhalb violett, das ist auch negativ zu werten. Das heißt, auf dem Tageschart sprechen hier sowieso nur noch zwei Dinge für aufwärts. Das ist einmal der Trendindikator, der noch grün ist. Allerdings muss man hier auch immer ganz klar sehen, die Richtung ist abwärts. Und das ist normalerweise nichts, wo ich Trades in Long-Richtung rein aufbauen möchte. Ich möchte Trades in Long-Richtung aufbauen, wenn sich diese Bewegung hier von unten nach oben abspielt. Wenn das Ding zwar grün ist, aber an Momentum zulegt. Wie hier oder wie hier. Dann möchte ich nach Long-Setups Ausschau halten und möchte hier irgendwo kaufen. Hier sieht das Ganze anders aus. Wir laufen ganz klar von oben nach unten. Das Momentum nimmt also ab. Wir sind hier an einem ganz wichtigen Level. Wenn dieses Level hier gebrochen wird, dann ist im Gold alles negativ. Dann sind wir aus der Wolke ausgebrochen, sind unter das letzte Tief gegangen, sind indikatortechnisch hier komplett negativ. Dann ist der gesamte Tageschart negativ. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir unseren Trendindikator hier in Rot kriegen. Also Gold aktuell für mich eher so ein Finger weg Ding. Wenn ich da jetzt nicht schon eine Position hätte, dann wäre ich in dem Trade sicherlich nicht drin. Gut. Ja, der Peter fragt noch, sind aber nicht die Monate Richtung Jahreswechsel, Jahresanfang meist Bullish im Gold. Ja, schon. Wir können uns natürlich hier jetzt mal die Saisonalitäten reinholen. Ja, ich kann hier einfach mal die Seasonals holen. Die muss ich einmal kurz hier einstellen. Congulative. Dann Prediction Margin ist okay. Seasonal Runs wollen wir nicht sehen. Und wir wollen im Januar starten. Okay. Ja. Da sieht man jetzt hier die Saisonalitäten für Gold über die gesamte Zeit, für die ich hier Kurse kriege. Ja, das sind relativ viele Jahre. Wenn wir das ein bisschen verkürzen noch. Wir gehen hier mal auf die letzten zehn Jahre. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Und dann sehen wir hier innerhalb der letzten zehn Jahre war unser saisonales Hoch im Gold immer gegen Ende August. Ungefähr Ende August. Und von da an ging es hier so bis 14. Dezember abwärts. Ja. Ab 14. Dezember ist das Ganze wieder aufwärts gerichtet. Hier ein bisschen aufpassen in der Interpretierung der Saisonalitäten. Das hier, das ist kein saisonaler Verlauf. Das ist der Übergang von Ende Dezember zu Anfang Januar. Das heißt, diese schwarze Linie, die hier wieder nach oben steigt, die müsste, wenn man es ganz richtig machen will, hier angesetzt werden. Ja, da müsste diese Linie hier eigentlich laufen. Das geht aber nicht, weil sich dann diese Saisonalitäten immer weiter nach oben entwickeln würden. Und wir brauchen die hier einfach parallel unterhalb des Charts. Ja. Deswegen gibt es hier diese Ausgleichsbuchungen. An dieser Stelle, an dieser Stelle, an dieser Stelle. Ja. Und die sind einfach dafür da, den Übergang zwischen Ende Januar und Anfang Dezember hier den Jahreswechsel quasi auszugleichen. Ja. Da muss man in der Interpretierung eben entsprechend, wie gesagt, immer aufpassen. Die saisonalen Tiefs, die liegen also nicht hier in diesem Bereich. Ja, sondern das saisonale Tief liegt hier in diesem Bereich, liegt hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich. So, das bedeutet jetzt aber saisonal, dass wir zumindest auf Sicht der letzten zehn Jahre, also die durchschnittliche Preisbewegung von Gold über die letzten zehn Jahre, dass wir die Saisonalitäten hier seit Ende August eher abwärts haben und das Ganze bis Ende des Jahres. Ja. Das würde also bedeuten hier seit Ende August, so bis Ende des Jahres. Ja, das wäre vielleicht so bis hier ungefähr. Und dann würden wir eigentlich gut hinkommen mit dieser steigenden oder mit dieser fallenden Trendlinie, die wir hier haben. Wenn sich der Kurs irgendwie weiter an dieser Trendlinie runterschlängelt, dann würden wir ganz gut hinkommen mit dem, was wir gerade gesagt haben, nämlich mit dem Test dieses alten Support-Bereichs hier, dieses alten Hochs. Ja. Das würde mir ganz gut gefallen. Ja, also langfristig für langfristige Setups würde ich dann hier in diesem Bereich auch sehen, dass wir, oder gerne sehen, dass wir wieder extremere Long-Positionen bei den Commercials innehaben. Dass wir saisonal eben an dem Beginn dieses neuen Aufwärtstrends oder dieser saisonalen Aufwärtsbewegung, ja, das ist diese hier, dass wir da wieder dran sind und dass man dann eben zum Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres hier eine schöne langfristige Position wieder Long im Gold nehmen kann. Ja. Und hier sieht man auch ganz gut, dass es häufig, ja, saisonal schön passt. Wir haben hier eine Dynamik drin, die fängt hier Ende Dezember an. Das ist diese Aufwärtsdynamik. Dann kommen wir hier mehr in so eine Seitwärtsphase. Ja, das ist hier dann diese Seitwärtsphase. Dann kommen wir nochmal hier in eine sehr dynamische Phase. Die haben wir hier. Dann geht das Ganze eher so ein bisschen abwärts gerichtet bis Ende des Jahres. Eher ein bisschen abwärts gerichtet bis Ende des Jahres. Dann kommen wir hier in die neue Momentumphase. Das ist diese neue Momentumphase. Dann geht es, ups, typischerweise wieder so ein bisschen eher, blau hatten wir das eben hier, ja, eher so ein bisschen seitwärts. Na, das ist dann hier oben diese Phase, diese Phase, ja, also eher ein bisschen seitwärts. Und dann kommen wir halt hier wieder in die Dynamik rein. Das ist die Dynamik. Und dann die Abwärtsbewegung haben wir gerade schon eingezeichnet. Ja, also ihr seht, diese Saisonalitäten sind tatsächlich relativ wichtig für Rohstoffe. Das läuft bei den Edelmetallen ganz gut. Noch deutlich besser funktioniert das bei allem, was Agrarrohstoff ist, was also angebaut wird und geerntet. Da funktioniert das hervorragend. Ja, bei Weizen, Mais, die ganzen Sojaprodukte, bei Baumwolle, bei Kaffee, bei Kakao. Da kann man sehr, sehr schön mit diesen Saisonalitäten arbeiten. Wenn man das Ganze dann noch verbindet mit Charttechnik und Commitments of Traders, dann kriegt man hier für die mittelfristigen Setups tatsächlich häufig einen sehr guten Edge. Wen das interessiert, wer da ein bisschen genauer sich noch mit beschäftigen möchte, der kann das gerne mal tun und kann sich das bei mir auf der Website anschauen. Hier unter Seminare gibt es einen Punkt COT Trading Seminar. Das findet Ende November statt. Da sind zwei Plätze noch frei. Ansonsten, alle anderen sind schon ausgebucht. Da geht es dann eben insbesondere um den Handel von Rohstoffen mit Commitments of Traders Daten. Ja, dieses Swing Trading Seminar, was jetzt hier fürs nächste Wochenende läuft, das ist bereits ausgebucht. Das ist also nicht mehr buchbar, auch wenn es hier noch durchläuft. Aber für das Commitments of Traders, ich glaube am letzten Novemberwochenende ist das, da wären durchaus noch Plätze frei. Gut, wer gerne dieses Add-on mit den Signalen, die jetzt hier laufen, da haben wir durch die Wünsche, die hier im Chat aufgetaucht sind, jetzt gar nicht so genau die Möglichkeit gehabt, uns das anzuschauen, da gehe ich gleich nochmal kurz fünf Minuten drauf. Wer das einfach mal ausprobieren möchte, unverbindlich, der kann das gerne tun. Wer einen Adina Trader hat, kann dieses Add-on, dieses Top Trader Signals Add-on für zwei Wochen kostenlos testen. Und wer noch kein FX Flat Konto hat und gerne eins hätte, der geht einfach hier bei mir auf der Seite und Punkt Handelskonto hier auf FX Flat. Ja, und da sieht man dann schon hier Top Trader Signals für drei Monate kostenlos. Wer also hier ein FX Flat Konto eröffnet und Neukunde ist, der kann sich über diese Landingpage hier, das Top Trader Signals Add-on für drei Monate kostenlos sichern. Und das ist definitiv ausreichend Zeit, um sich mit allen Setups, die in diesem Add-on drin sind, ausgiebig zu beschäftigen. Da sind nicht nur diese Ichimoku Signale drin, da sind auch noch eine ganze Reihe anderer Swing Trading Handelssignale enthalten, die dann eben auch auf dem Chart grafisch dargestellt werden, sind im Handbuch auch ganz genaue Beschreibungen von den Setups. Also wer das sich mal angucken möchte, das bietet sich dann entsprechend hier an. Okay, ich nehme mal die Seasonals hier wieder raus. Und dann gehen wir einfach mal in den Nasdaq, weil sich halt typischerweise in Amerika doch etwas mehr Setups ergeben. Ah, die Christine schreibt, das geht wohl nur auf Andromeda. Ich werde da nochmal mit Agena Trader ins Gericht gehen. Ich habe damals, als das Add-on entwickelt worden ist, die Zusage bekommen, dass das auch in der Mercury-Version funktioniert. Ich habe auch einen speziellen Mercury-Arbeitsplatz eingerichtet für alle Signale, der dann eben nicht mit diesem Scanner funktioniert, der hier läuft, wo also die verschiedenen Signale dann über den Scanner in einer Zeile eingespielt werden, sondern da gibt es dann tatsächlich für jedes Setup eine eigene Zeile und da tauchen dann diese Nullen und Einsen auf. Das heißt, wenn ein Setup entsteht und da steht eine grüne Eins, dann ist es ein Long-Setup. Wenn ein Setup entsteht und da steht eine rote Eins, dann ist es ein Short-Setup. Hier ist das einfach durch die Farben gekennzeichnet und hier stehen die Namen der verschiedenen Setups dann in dem Screener drin. Ich mache das prinzipiell so, dass ich hier erstmal sortiere nach meinem Trend-Indikator. Da weiß ich jetzt, alle, die hier oben auftauchen, sind sowohl auf Woche als auch auf Tageschart in einem intakten Aufwärtstrend. Alle, die hier in rot auftauchen, sind in einem intakten Abwärtstrend. Und dann kann ich hier in der Zeile daneben, wenn ich denn mit Ichimoku-Signalen arbeiten möchte, mir die entsprechenden Ichimoku-Signale raussuchen, kann gucken, wo frische Signale entstehen, wo in der letzten Zeit, innerhalb der letzten zwei Handelstage hier neue Signale entstanden sind und kann dann optisch hier auf dem Chart relativ leicht prüfen, ob sich eine Handelsgelegenheit ergibt oder nicht. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal die Sinters Corporation raus. Da sehen wir auf dem Wochenchart sind wir hier im Trend-Indikator aufwärts, auf dem Tageschart sind wir im Trend-Indikator aufwärts. Aber das ist ein bisschen ähnlich wie in der Infineon. Mir gefällt es vom Setup hier nicht mehr, weil wir hier schon recht deutlich abwärts gerichtet sind. Wir sind hier schon fast an der Nulllinie und auch hier auf Woche geht das Ganze abwärts. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich möchte gerne idealerweise Setups haben, wo wir hier aufwärts laufen oder hier aufwärts laufen. Und das dann in Kombination mit dem Tageschart. Und da wäre das ideale Einstiegssetup dann hier dieser Ausbruch aus der Wolke gewesen. Zu einer Zeit, wo sind wir da? Im Mai 2020. Mai 2020, das ist also ungefähr hier in diesem Bereich. Da sehen wir ganz klar auf dem Wochenchart diesen Trend und der Trend-Indikator ist steigend. Wir sehen auf dem Tageschart den Trend-Indikator steigend. Wir haben hier ein Ichimoku-Setup. Ein ganz deutliches und das ist das letzte, das hier entstanden ist, weil wir waren an dieser Stelle mit der blauen Linie schon oberhalb des Preises. Das ist bullisch zu werten. Der Preis war oberhalb der roten und oberhalb der violetten Linie. Wir haben hier einen Ausbruch gesehen aus der Ichimoku-Cloud und wir haben einen Ausbruch gesehen parallel über dieses letzte Hoch. Das hier war der Kaufzeitpunkt für Sintas Corporation. Von daher, das ist hier im Moment nicht mehr unbedingt gegeben. Ich würde jetzt erstmal sehen wollen, dass wir vielleicht aus so einer Bull-Flag hier nach oben ausbrechen. Wir haben hier knapp den Support getestet. Wenn wir hier nach oben ausbrechen, hier ein neues Hoch machen, könnte man das als kurzfristigen Trade handeln. Ich finde es nicht ideal, weil das erste Kursziel liegt schon hier unten. Der Stop müsste wenigstens hier liegen und da sieht man schon sofort, das Risiko, was wir hier eingehen müssten, ist deutlich größer als der Abstand hier bis zum ersten Zielbereich. Deswegen würde das Ganze für mich nicht in Frage kommen. Jetzt sieht man auch schon, es ist wirklich wichtig, dass man diese einzelnen Setups, ich würde mal sagen, diskretionär prüft und dementsprechend dann die Entscheidung trifft, ob man ein Handelssignal nehmen möchte oder nicht. Hier haben wir ein weiteres Setup, Take-Two Interactive, gefällt mir extrem gut. Habe ich heute auch im Börsendienst bei OnVista umgesetzt mit einem Long-Trade auf dem Zertifikat. Was sehen wir hier? Ganz klar, wir sind in einem deutlichen Support-Level, wir sind hier in die Wolke eingetaucht, haben einen Bullischen-Trend-Indikator auf dem Wochenchart, der hier gerade wieder an Momentum zunimmt. Wir haben hier eine ganze Strecke gehabt, wo es abwärts ging, das ist nicht so ideal. Wir nehmen aber hier gerade wieder an Momentum zu und wir haben hier gestern schon in die Long-Richtung gedreht mit dem Tagestrend. Wenn der jetzt hier oben drüber schließen sollte heute, dann wird die nächste grüne Kerze noch größer und dann fangen wir auch hier schon wieder an, in die Aufwärtsrichtung zu laufen. Das sieht alles so aus, als wäre diese Korrektur hier durch. Die ist recht weit gelaufen, das waren 20 Prozent, glaube ich, Kurskorrektur, die wir hier gesehen haben vom Hoch. Einmal kurz das hier runterziehen, so einmal schauen vom Hoch zum Tief. 16 Prozent, immerhin. 16 Prozent Kurskorrektur in der Take-Two Interactive. Gefällt mir fundamental sehr gut. Ja, ist ein Gaming-Produzent, also ein Spielehersteller. Hat stark profitiert von der Corona-Krise. Dadurch, dass die Leute alle zu Hause bleiben mussten, haben viele das Gaming für sich entdeckt. Und ich gehe davon aus, dass auch nach Beendigung der Lockdowns und wieder hochfahren der Wirtschaft und so weiter, auch wenn wir gerade wieder so ein paar Rückschritte machen, dass diese gestiegene Nachfrage durchaus bestehen bleibt. Ja, wir sind auf dem Wochenchart. Wenn wir es uns hier mal angucken, schön im Trendkanal. Ja, das ist ein schöner Aufwärtstrendkanal. Da haben wir hier jetzt unten einmal getestet. Wir befinden uns wieder auf dem Weg nach oben. Im Weekly deutlich über der Wolke. Preis ist oberhalb der Violetten, kämpft jetzt gerade mit dem ersten kleinen Widerstand hier mit der Roten. Blau ist deutlich über dem Preis. Also ein sehr, sehr bullisches Grundsetup hier auf Woche. Und auf Tag sieht es ähnlich aus. Wir sind mit dem Preis oberhalb der Roten. Wir sind jetzt hier heute durch die Violette durchgegangen. Das ist auch das Signal, was hier entstanden ist. Ja, Kijun Cross. Das heißt, der Preis ist durch die Kijun Sen gegangen. Das ist die violette Linie. Das ist also das Einstiegs-Setup, was wir hier bekommen haben. Sollten wir hier eine Stärke sehen und morgen nochmal nach oben rausgehen, dann entsteht hier an dieser Stelle das nächste Einstiegs-Setup. Ja, und zwar steht dann hier in rot, in grün, Kumo Breakout. Ja, das wird dann hier unten stehen in grün. Und das ist dann das Signal, dass wir aus dieser Wolke rausbrechen. Und als letztes würde dann noch das Signal dazukommen, wenn die blaue Linie hier dann auch über den Preis steigt. Ja, und dann wäre auch hier auf Tagesbasis wieder alles Bullisch. Aber wir haben vorhin gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, in diese Trades einzusteigen. Das ist hier die etwas aggressivere Variante. Aber mir gefällt es einfach sehr gut, weil das Chart-technisch auch ganz schön aussieht. Ja, wenn wir uns hier einfach mal die letzten Sequenzen anschauen, ja, dann sehen die ungefähr so aus. Dann sind wir jetzt in so eine kleine ABC-Abwärtskorrektur gegangen. Ja, und die hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als nochmal hier diesen alten Support-Bereich zu testen. Ja, der spielt sich zwischen hier und hier ab. Das ist der alte Unterstützungsbereich. Den haben wir hier getestet. Und jetzt sind wir schon wieder dabei, hier eine erste neue Aufwärtssequenz im Tageschart aufzubauen. Wir sind also im Tageschart jetzt wieder in der Long-Richtung unterwegs. So richtig Bullisch wird es erst, wenn wir über die Wolke gehen. Bis dahin ist noch Widerstand. Aber ich habe, wie gesagt, eine erste Position schon genommen. Und auf der Woche sehen die Sequenzen eben so aus. Ja, können wir von hier an auch nehmen. Und das sind die großen Sequenzen der Woche. Und da sehen wir, wir sind nicht im Ansatz hier unter dieses letzte Tiefgegangen. Ja, sondern hier setzt sich jetzt im Moment diese Aufwärtssequenz ganz normal weiter fort. Und dementsprechend bin ich gerne bereit, in der kleineren Zeitebene Taki dann hier auch den aggressiveren Einstieg zu wählen. Ja. Okay. Das soll es gewesen sein für heute. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass doch so viele dabei waren. Und ja, wünsche von mir aus noch einen tollen Abend, eine erfolgreiche Restwoche, profitable Trades. Und sage wie immer gerne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye. Ja, auch von meiner Seite, Frau Riffin Flett, vielen Dank an alle Teilnehmer, vor allen Dingen an die vielen Fragen, die gestellt worden sind. Ich wünsche allen Teilnehmern noch viele erfolgreiche Trades und einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.